Auch nicht auf dem Hockenheimring, oder? Ich bin den noch nie gefahren, nein. Es wird jetzt einmal rausgefahren. Die Schlüssel ist noch nicht. Ah ja stimmt, die Schlüssel muss er ja. Und gescannt. Und weg ist das Auto. Bist du bereit, Max? Ich bin ready. Holy shit. Das ist schon krass, ne? Ich bin jetzt so lange Elektroautos gefahren, ich habe seit Jahren keinen Sound mehr gehört. Und dann gleich so einen geilen. Ey, 1500 Kilometer einfahren. Das sieht hier draußen mit der Farbe auch, finde ich, mit dem gulfblau und dem schwarzen noch mal geiler aus. Ey, das ist so geil, ey. Ich hatte ja das Auto schon abgesagt, weil Sonderfarben kamen nicht mehr. Der ist auch teurer Sonderfahrer, aber ich finde dieses gulfblau zu geil. Das wäre sonst die Farbe gewesen. Shark Blue auch unfassbar geil. Kennt man auch vom GT3. Ich glaube, Luciano hat das Ding auch. Also sieht unglaublich geil aus. Ich finde dieses noch hellere Blau ist meine absolute Lieblingsfarbe. Deswegen ist es dazu gekommen. Aber auch die Farbe ist ja ein Traum, ne? Könnt man gerne in die Kommentare schreiben, welche Farbe ihr geiler findet. Wir werden jetzt hier nur vom Hof fahren, nach Hause fahren. Ist eh kein Wetter. Für das Auto Heckantrieb. Und jetzt ist hier heute Blitzeisgefahr. Schneematsch liegt auf den Straßen. Sobald geileres Wetter ist und das Auto eingefahren ist. 1050 Kilometer ist auch ne Menge. Dann läuft auf denertainen Nagel,